Guten Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Video wert ist oder nicht. Allerdings wollte ich euch eigentlich nur kurz mitteilen, dass ich aus privaten Gründen frühestens am 1. Mai das nächste Video hochladen werde. Das hat überhaupt gar keine dramatischen Ursachen oder Gründe. Es ist einfach nur so, jeder von uns hat nur eine begrenzte Zeit, die auf diesem schönen Planeten verweilen darf. Und wir sollten die Zeit möglichst gut nutzen. Und für mich bedeutet das, dass ich meine Internetnutzung radikal einschränken möchte. Und ja, das schließt natürlich YouTube mit ein.